Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Technik-Deal des Tages und genauer gesagt geht es heute um ein Gadget, was euch in den nächsten Tagen sehr viel helfen kann, denn es geht um einen Power-USB-Ventilator. Den habe ich euch vor einiger Zeit das erste Mal vorstellen dürfen und habe ihn seither im Einsatz. Möchte ihn ehrlich gesagt auch nicht mehr missen. Es geht um den Easy Egg USB-Ventilator. Damals hat er noch weit über 20 Euro gekostet. Jetzt kostet der Ventilator nur noch 12,99 Euro. Das heißt, ihr spart hier über 47% mittlerweile. Das ist richtig stark. Wenn ihr den Ventilator haben wollt, greift nur rechtzeitig zu. Das Ding ist sehr, sehr begehrt und ich weiß, letztes Mal war es sehr schnell ausverkauft. Link einmal zum Deal natürlich für euch in der Infobox und dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Der USB-Ventilator von Easy Egg hat zwei große Vorteile meines Erachtens. Er ist wirklich leistungsstark und er sieht auch noch schick aus. Ich hatte schon viele USB-Ventilatoren, die ich getestet habe, wo ich bei einigen wirklich feststellen musste. Gerade so in diesem Segment liefern die meistens nicht das, was man gerne hätte, nämlich schnell und ordentlich kühle Luft. Das ist hier anders. Das Design ist komplett durchdacht. Man hat hier zwei unterschiedliche Stufen, wo der Ventilator einmal auf der niedrigen und einmal auf der hohen Stufe laufen kann. Das Ganze läuft über Touch Control. Das heißt, ihr habt hier in diesem schicken Standfuß einmal komplett ein Touchfeld integriert. Über dieses Touchfeld könnt ihr dann über Tippen sozusagen die jeweilige Einstellung vornehmen. Einmal tippen ist die niedrigste Stufe. Zweimal tippen ist die höchste Stufe. Und das dritte Mal tippen schaltet den Ventilator vollständig aus. Und der nächste große Vorteil ist natürlich, man kann ihn komplett über USB mit Strom versorgen. Heißt für euch natürlich ganz normal bei einem Arbeitsplatz einfach an den PC machen und schon habt ihr dort kühle Luft. Oder unterwegs mit einer Powerbank geht auch ohne Probleme. Natürlich aber auch zu Hause ganz normal in eine USB-Plug rein und schon läuft das Ding. Das heißt vielseitig einsetzbar und vor allen Dingen auch für unterwegs super geeignet. Was mich hier wirklich begeistert bei dem Produkt ist, wie gesagt, einmal die Stärke der Belüftung. Und zum anderen ist es dann hier gleichzeitig auch konträr dazu, dass der Ventilator extrem leise ist. Das heißt, man hört ihn kaum, was ich hier sehr gut finde und was ich ganz selten bisher bei diesen Mini-Ventilatoren auch erlebt habe. Viele haben mich gefragt, wie groß ist das Ding? Weil man kann es sich wirklich im Video sehr schwer vorstellen. 14 cm in der Länge, 10 cm in der Höhe und sogar mit Standfuß eingerechnet haben wir hier 13,5 cm. Also das Ding ist wirklich super klein und ihr könnt es überall mit hinnehmen bzw. es fällt überhaupt nicht negativ auf. Der Ventilator eignet sich meiner Meinung nach für jeden perfekt, der auf der Suche ist nach einer kühlen Brise. Gerade in den nächsten Tagen geht es weit über 30 Grad und da kann so ein Gerät wirklich sehr, sehr viel helfen. Von daher nutzt den Deal, wenn ihr das Teil haben wollt. Jetzt kostet der Ventilator nur noch 12,99 Euro und den Link zum Deal gibt es natürlich für euch einmal in der Infobox. Dort auch nochmal alle technischen Details plus wie gesagt nutzt das, solange der noch verfügbar ist, aus und holt euch das Ding. Denn dieser Preis ist wirklich echt krass, gerade im Verhältnis zu dem, was ich damals noch dafür zahlen musste. Bis dahin, wenn ihr Fragen habt zu dem Ventilator, dann schreibt mir alles einmal in die Kommentare. Ich versuche wie immer, wie ihr das von mir kennt, so schnell wie möglich auf eure Fragen zu beantworten. Dass ihr diesen Deal auf jeden Fall wahrnehmen könnt und dass ihr euch den Ventilator dann ohne Probleme für den Preis noch sichern könnt. Bis dahin würde ich mich natürlich unfassbar freuen, wenn ihr mir hier ein Abo dalasst. Jeden Tag in der Woche gibt es alle aktuellen News, Reviews, Deals usw. aus der Smart Home und aus der Technikwelt exklusiv hier auf meinem Channel als Video. Deswegen lasst unbedingt ein Abo da und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst vor allen Dingen keine Deals mehr. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Technik. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bleibt bis dahin gesund, Leute, und passt auf euch auf. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017